Aurembergelder Moins on YouTube! Willkommen zurück bei Call of Juarez, Part Nummer 4. Ich drück die Ender-Taste. BABAAAMM! Ender-Taste! Jupp, so... Aumeftigen Wochen nach dem Dunkel in der OK Corral, war ich noch nach Johnny Ringo. Ich habe ihn und die Kau-Boys in einem Schraubladen auf einem Schraubladen getrunken und sie waren für Bär. Also, was genau gemacht hat Johnny Mingo, um dich auszupacken? Ja, er und den anderen Bastard. Roscoe Bar-Bright? Ja. Ja. Sie sollten beide sterben. Und ich versuche, ich werde dir sagen, warum. Aber erstens muss ich dir sagen, über den Kau-Boys, neuen Boss. Warum hab ich so wenig Muster? Herb ist gekommen! Get ready, Freunde! Was war das für mein Freund? Das war eine schlechte Deckung, mein Kuppel. Hey! Okay, wir laufen vor Ort. Über meine Pistole los. Kannst du so? Okay, Deckung, 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 Deckung. Wo ist die? Da hin. Mal nachladen. Die Pflicht wäre eigentlich besser, aber ich hab da so wenig Munition für. Deckung. Das war eine schlechte Ausbeute. Das war wirklich schlecht. Das war eine schlechte Ausbeute. Kumpel. Wir haben also das. Aber ich hab's aber nicht in der Position. Das ist doof. Der hat eine Kuh im Kopf. Ich aber auch. Egal. Mir stört das nicht. Ich bin aus Stahl. Wyatt und Doc went on what became known as the Vendetta Rache hunting those Outlaws down So, das war, easy 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 Oh, ich muss nachladen. Warten Sie kurz, Moment. Wo ist der? Easy. So, noch einer oder was? Keine Munition mehr. Das ist doof. Ich hätte gern ein bisschen Munition. Wie das hier auch für die Munition ist besser. Dynamit, auf. Easy. Die blöden Nudels hier. Er hat alles Schweine und Monstern. Aber jeder wusste, dass Curly hat ihn in der dritte. Das war gemeinsame Wissen. Ja, vielleicht so. Aber Ringo hat nichts zu tun. Er war nur loyal zu einem Freund. Ist das, was du es nennen willst? Being loyal? Well, um zu diesem loyalen Freund zu kommen, musste ich ein paar Buzzsaule so groß wie ein Mann passen. Was ist das, Dwight? Nehmen wir die Pistole. Die einfache. Dafür haben wir genug Munition. Oh, nett ist das hier. Das hier können wir nicht lassen. Was haben wir denn gemacht? Ich habe eine Frage. Was ist das, Dwight? Ah, ich habe mal das nachgefahren. Du kannst das aber auch nicht sagen. Das ist ein bisschen hart. Der war bestimmt netter. So, Munition. Yes, so fliegt mit Urlaub. Dritte Schuss, soll der rein. Curly B. Wir kriegen das. Oh. Wir brauchen Deckung. Das war's. Habt ihr genug, ihr Schweine? Sie wissen doch langsam, wie das ausgeht. Warum geben die nicht auf? Ah, easy. Da war's auch umgefallen. Wer schießt denn hier so blöd? Wer schießt denn hier so blöd? Hier sind noch einer. Hier sind noch einer. Was? Kommt, ey, ihr Schweine. Ah, hat er einen Headshot bekommen. Mit einer Kugel im Kopf sehen die alle viel schöner aus. Ich bin Schönheitschirurg eigentlich. So ein bisschen dekorieren. Oh, mein Ding. So. Hier. Eine Kugel für you. Meine Kugel im Gesicht. Mach dir, Leute, einfach schöner. Wer, wer zählte Geschichten? Oh, hier, äh. Krämmung! Alles los. Da waren Kugel überall, Pile von Lumber und Gott weiß was anderes, um Menschen zu hinter ihnen zu schützen. Das war wirklich ein helles Schraub. Egal. Das war eine sehr beeindruckende Operation. Das war eine sehr beeindruckende Angelegenheit. In der Valle, es war wirklich... Ich dachte, ich hab was anderes blieb. Was passiert dann? Na jetzt lang, haha! Oh... Das sind die Endkampf! Oh! Nimmt ein! Da da! Und nehmt ein! Bevor es ist! Eine Fängt! Curly Bill! Oh, der Curly! Curly was das? Was ist das? Was ist das? Der Curly Bill! Der Curly Bill! Oh! Da war! Da war! Da war! Gut einen mitgegeben! So, das ist hier ein Endkampf! Der hat ein bisschen mehr... Energie! Aber die kriegen wir locker! Oh! Der Endkampf ist noch ein bisschen stärker! Ah! Verdammt! Da haben sie mich erwischt! Die Schweine! Ah! Verdammt! Scheiße! YouTube! Sprungo! 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 Irgendwas gekönt ist damit! Das ist eine gute Frage! Wie wäre es nur in den Zoo? Nehmen wir mit! Mehr Dynamit! Keine Sau! Wo bist du? Ich werde dich töten durch! Du Schot eines Pläfantschen! Aus! Oho! Äh! Verdammt! Ich hasse den! Und wir sind weg! Jetzt hat man ja irgendwie leichte Schultern neben dem Kuppel! Ah! Hat mich hier mit dem Kopf geschossen! Aber er kann das irgendwie ab! Der ist ein bisschen her da! Verdammt! Irgendwas ist hier drin, ja! Arschloch! Hat er hier noch Kuppel zu hier? Nervt mich. Ah, ist das ein blöder Kopf. Da. In rück, in rück. Bitte schießen Sie mich, bitte schießen Sie sich zurück, Herr Curly Bill. Da hat eine Kugel im Kopf. Du solltest umfalten, aber er möchte nicht. Wenn er nicht will, dann muss er auch nicht. Also, ich will lieber zu irgendwas zwingen. Ich bin da ja nicht so. Niemand gilt es? Du wirst schon sehen, wer hier stirbt, du Kappnase. Wo bist du, Arsch? Keiner hat gesagt, dass du zu mir schießen sollst. Au. Au, 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 au. Wer schießt hier auch nicht? Weil er hinter ist. Das ist Mr. Deadeye, der zieht ohne Augen. Der schießt einfach nur. Hoch in die Luft, der kommt von oben dann auf und runter. Der schießt ja. Oh. Du Affe, geh mal auf den Weg. Das ist hier ein Kampf unter Männern. Unter Fussis, du Kappnase. Oh, 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 oh. Kommst gerade schon, YouTube. Wir laufen hier lang. Wir laufen hier lang. Hier rüber. Wo ist der Affe? Wo ist der Affe? Komm raus, du Affe! Warum sag ich da direkt, wie ich mich doch gerne immer wegläufe? Egal. Ich bin mutiger als ich aussehe. Da hinten. Da haben wir einen mitgegeben. Der war ordentlich. Ja, da hat er Kumpel vor sich gehabt. So, so Muschi. So, wo ist er? Oh, er backt, er backt, er backt. Nej, ja. Nein, wir hatten keine Wahl. Wir wussten nicht, dass du nicht gefunden hast. Ich wusste, dass du nicht killt Ringo, weil er in einem anderen Ort gefunden hat. Bis heute ist der Kumpel noch nicht bekannt. Wahrscheinlich. Es dauerte mir ein paar Monate, bevor ich endlich seinen Arsch in den West-Turkey Creek Canyon trage. Okay. Ich verstehe. Das Problem ist, wir töten ihn in der Duell. Ein fettes Duell. Zum Schluss. So, jetzt wird das nochmal wissen. Der nächste. Der Boss wird und stirbt. Johnny Ringo. Okay, Johnny. Schön, dass wir uns getroffen haben. Aber du wirst jetzt sterben. Ich werde dir dein blödes Zigar aus dem Gesicht trinken, du Affe. Ich dachte immer, dass Doc Holliday die, die ihn töten hat. Konzentration mit einer Ress. Wir müssen ihn fokussieren. Fokussieren. Easy, 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 easy. 70 Prozent, 74. Ja, 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 es geht besser. Nein, nein, ein bisschen höher. Ah, 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 ah. Ah, ah. Du hast gleich eine Kugel im Kopf, man fragt. Schieß dich auf mich, nein. Bam, in die Füße, du Bastard. Sorry, ich musste die Legend für dich, Junge. Aber die Legend ist nicht immer wahr. Wo ist denn so? Erlegend. 50 Prozent, 50 Prozent, 50 Prozent, 50 Prozent. Ich finde es nicht schlecht, also, muss man schon sagen. Fokus für mich und nicht schlecht. Bärenhaft getötet, wir haben alles dabei. Vielen Dank fürs Reinscheiden. Ich bin Kofi, der ist Tüli und Goodbye bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.